Radio SAW. Klasse übersetzt. Was heißt das auf Deutsch? Mit eurer Klasse und Englishman Warren Green. Heute Megan Schreiner, a dear future husband. Heißt, lieber zukünftiger Ehemann. Und wurde klasseübersetzt von der Klasse 7a und b der Freier Gesamtschule Gustav Adolf in Lützen im Burgenlandkreis. Die Geschichte erzählen euch Charlotte und Peggy. Geh mit mir aus, ich hab's verdient. Und vergiss die Blumen nicht am Jahrestag. Wenn du mich richtig behandelst, dann werde ich die perfekte Ehefrau sein. Ich werde den Einkauf erledigen und alles kaufen, was du brauchst. Klingt ganz einfach. Noch. Nach einem Streit sollst du dich entschuldigen. Und vielleicht versöhnen wir uns auch. Wenn ich falsch liege, ähm, ja, du weißt ja, ich hab immer recht. Also warum widersprechen? Naja, wir Männer wissen schon länger, dass unsere Frauen recht haben. Auch wenn sie kein Recht haben. Du arbeitest von um neun bis um fünf. Ich aber auch. Also glaub nicht, dass ich zu Hause bin und die Apfelkuchen backe. Ich hab nie kochen gelernt. Aber ich kann einen Ormbaum schreiben. Lass uns zusammen singen. Na dann, singen wir mal. Du musst wissen, wie du eine Lady behandelst. Auch wenn ich verrückte Sachen mache, musst du mir immer sagen, dass alles okay ist. Ganz nach dem Motto, Frauen muss man nicht verstehen, Frauen muss man lieben. Lieber zukünftiger Ehemann, hier sind ein paar Dinge, die du wissen musst, wenn du für immer mein Ein und Alles sein willst. Lieber zukünftiger Ehemann, wenn du meine besondere Liebe willst, sag mir immer und überall, dass ich wunderschön bin. Eine Frau, die genau weiß, was sie will. Ich denke, dass es in dem Song darum geht, dass sie eben ihrem zukünftigen Ehemann sagt, was sie möchte, beziehungsweise was er beachten muss. Dass sie dann eher der Boss sein soll, anstatt der Mann. Dear Future Husband. Klasse Übersetz von der Klasse 7a und B der Freier Gesamtschule Gustav Adolf in Lütze. Jetzt seid ihr dran. Wenn ihr in der 7., 8., 9., 10. oder 11. Klasse seid, könnt ihr euch für Klasse Übersetz mit mir bewerben. Ganz einfach auf radio.saw.de Klasse Übersetzt. Was heißt das auf Deutsch? Mit eurer Klasse und Englishman Warren Green. Nur hier auf radio.saw.